Was passiert mit ihm, wenn ihr ihn gefasst habt, hm? Gefängnis. Bist du sicher? Ja, klar. Was denn sonst? Und dann kommt er nach zwei Jahren wieder raus? Was ist, wenn er es mit Absicht gemacht hätte? Ja, Absicht. Blum, der hat wahrscheinlich an seinem Handy rumgespielt, die Kontrolle verloren. Nur als Annahme. Seine Absicht ist, bei Verkehrsdelikten echt schwer nachzuweisen. Es sei denn, der Täter legt ein Geständnis ab. Du meinst so mit Tonband und so, wie im Film? Ja, genau. Wie im Film. Genauso. Reichen Sie mir mal die Töpfe rüber, Miss Marple.